Was geht ab, Leute? Herzlich Willkommen zu diesem Fiesta Online Quick-Tipp. Ich stelle mich mal kurz zu diesem Schleim, um euch zu erklären, wie ihr mit Leveln Gold und Gem verdienen könnt. Ja, das geht tatsächlich. Da gibt es viele Methoden, aber ich muss eine wichtige Sache nochmal vorher erklären. Und zwar, das ist das Thema Nettigkeit. Hä, was? Nettigkeit? Also, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auf Server K soll dich auch Leute leveln, dir Droppies stellen, dir Kloppies holen, ohne dass du denen Gold oder Gem zahlst. Was meine ich damit? Ihr müsst ja, also Level Service sehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Und es gibt halt unglaublich viele nette Spieler, der überwiegende Teil der Fiesta Community, der ist halt umsonst mal. Die euch halt mal für Steine einen Kloppy holen oder euch Pilzsporn-Droppies holen, habe ich ja in diesem einen Video erklärt. Mit dem Level Guide, genau. Mit dem Level Guide ist 100, fairerweise. So ist das. Deswegen ist es immer so ein bisschen, das hat so ein bisschen den Geschmäckle, ne? Wenn ihr dann auf einmal Gold und Gem verdient mit Leveln oder Droppies stellen oder Zeug umkloppen. Machen manche Leute, ne? Ist halt die Frage, ist man der Typ dafür oder nicht? Ist aber auch egal. Ich erkläre euch jetzt, wie es geht. Und zwar könnt ihr das auch im Trial-Chall mal nachlesen. Da bieten das mehrere Leute auch genauso an, wie ich es euch jetzt vorlese. Also, Arche und Level Service 1 bis 38, habe ich im Level Guide schon erklärt, wenn ihr keinen Bock habt auf diese Low-Level-Quests. Könnt ihr euch 1 bis 38 ziehen lassen bei den Arche und nochmal zur Erklärung. Ihr müsst dann Level 1-Char begleiten von Hume nach Elde. Das geht noch mit dem Port von Elde dann in dieses Gebiet, wo man auch zum Goblin-Lager kommt. Und von da aber in den Gang, wo diese Harkans sind und diese Eber sind. Und von da nach Uruga. Und da könnt ihr dann bei den Arche und oder am Distri-Durchgang 2 nochmal den Einsatzer auf 38 Leveln. Aber wie viel verdient man da? Das ist eine gute Frage. Also, das müsst ihr individuell aushandeln. Und das geht von 50 Gold pro Stunde bis 30 Gold pro Stunde oder vielleicht sogar ein Gem pro Stunde. Das ist immer unterschiedlich, wen ihr halt levelt. Ob der viel Gold und Gem hat oder nicht. Das könnt ihr individuell aushandeln. Müsst ihr halt mal mit den Leuten reden. Beziehungsweise, ihr müsst halt Erfahrungen sammeln. Wenn ihr jetzt der seid, der den Level-Service anbietet, müsst ihr halt so Erfahrungen sammeln, was zahlen die Leute im Durchschnitt. Und dann, wenn ihr einen Interessenten findet über die Schreitschatt-Werbung dafür, schreibt ihr dem halt, kostet so und so viel. Und dann sagt ihr entweder, ah, ist mir ein bisschen zu teuer. Oder vielleicht sagt, ja, passt. Müsst ihr dann halt so ein bisschen die Erfahrung sammeln. Und dann pendelt ihr euren Preis irgendwo so ein, dass halt möglichst viele Leute dabei sind und die immer noch viel Gold und Gem damit verdienen. Genau, dann gibt es 70 bis 77 bei den Sobis. Subjekte sind, ähm, wie heißt denn diese Map? Ruin von Adelia oder so heißt es doch, ne? Ich komme da mal durcheinander, Leute. Auf jeden Fall die Map, wo ihr auch hier über den Port dann hinkommt. Ich möchte sagen, ab 70 kommt ihr auch mit dem Port schon dahin. Aber ich bin nicht 100% sicher mit dem Stadtteleporter. Doch, ich glaube, es geht ab 70. Ne, Ruin von Adelia ist das, ne? Keine Ahnung. Genau, da könnt ihr bei den Sobis Level Service machen. 70 bis 77. Ich bin gerade nicht sicher, ob man dafür ein Level 80 Charm oder so braucht. Oder ob man das auch mit einem High-End Charm machen kann. Weil ich habe mal gehört, dass man irgendwie angeblich nur XP kriegt, wenn man mindestens zwei Level 70er in der Gruppe hat. Ich bin mir nicht 100% sicher. Ich sage mal, ich habe es mal gehört. Und da könnt ihr halt auch einen ähnlichen Preis nehmen. Wobei, da könnt ihr noch mehr nehmen als bei Archons. Wie bereits gesagt, die Preise sind schwer zu sagen. Das ist immer so ein bisschen Verhandlungssache. Sagen wir mal so ein bis zwei Gem pro Stunde, maybe. Würde ich es zumindest schätzen. Kann auch mehr sein, kann auch weniger sein, ne? Zieht ja die 70 bis 77 bei Sobis. Und da habt ihr halt vor allem Kunden, wenn Drop-Event ist. Weil Drop-Event ist ja mal gleichsetzt mit XP-Event. Also plus 50% heißt plus 50% Drop und plus 50% XP. Und an den Tagen wird ihr dann besonders viel Zulauf haben. Wird auch Spot-Kriege, Spot-Fights geben. Das ist dann nervig. Aber it is what it is. Dann gibt es noch einen zweiten Level-Service. Das ist Drachengrab. 80 bis 90. Ja, hier macht die die fette Kohle. Hier würde ich schon mal so mindestens zwei Gem pro Stunde ansetzen. Braucht ihr halt auch jemand, der es zahlt. Vielleicht sogar mehr. Vielleicht auch weniger. Je nach Tagesgeschäft halt. Aber so im Durchschnitt zwei Gem pro Stunde sollte schon drin sein bei Drachengrab-Leveln. Weil das geht ja auch in ein bis zwei Stunden. Vor allem, wenn der Typ einen Quest-Booster drin hat. Ach, Quest-Booster habe ich im Level-Guide nicht erwähnt. Oh, das ist bitter. Vielleicht hat sich jemand als Kommentar geedit. Nein. Genau, da könnt ihr mal so locker zwei Gem pro Stunde neben Drachengrab-Leveln. Weil da braucht man, möchte ich sagen, auch nochmal einen extra Drop-Event. Sprich, ihr braucht einen Klop-Event mit einem guten Equipment. Das ist halt der Level-Service-Anbieter. Der braucht dann aber nochmal einen Drop-Event oder einen Freund von euch. Der durch einen Drop-Event hin. Und dann habt ihr 80 bis 90 in ein bis zwei Stunden. Aber man braucht relativ spezielles Equipment. Ich weiß auch gar nicht, wie lange Drachengrab geht. Entweder 105 oder 110 oder 115. Eins von den dreien. Könnt ihr da rein. Oder vielleicht sogar 100. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also entweder bis 100, 100, 5, 110 oder 115. Könnt ihr das Drachengrab-Leveln, müsst ihr einfach mal austesten. Da braucht ihr halt einen Charm mit gutem Equipment. Und ja, dann könnt ihr den da ziehen. Und dann braucht ihr halt noch am besten einen Drop-Event. Einen zweiten Account, den ihr liefert. Oder vielleicht liefert der den auch. Dann geht es noch ein bisschen schneller. Kriegt ihr so mindestens zwei Jam pro Stunde. Dann ist noch das Thema High-End-Drop-Event. Das ist ein sehr interessantes Thema. Weil es suchen ganz oft Leute in dem Schreitschert so Drop-Event. Ist für so diese High-Level-Quest 128, 138. Und es kann auch sein, dass ihr da mit Jam verdienen könnt. Wie bereits gesagt. Finde ich so ein bisschen fragwürdig. Weil die meisten Leute stellen sie auch kostenlos hin. Ich sage nur, theoretisch könnte es auch sein, dass euch da dann auch die Leute für bezahlen. Wenn man es halt so machen will. Muss sie da selbst entscheiden. Nestleveln ist dead, weil die wiederholbaren sind besser. Ja Leute, Gold verdienen und Jam verdienen mit Leveln. Wie steht ihr zu dem Thema? Ist halt sowas für... Also mal angenommen, du hast einen 140er Char. Und hast viel Jam. Und willst dann ein bisschen Erleichterung beim nächsten Twink Char, den du dir hochschießt. Finde ich es gut. Für neue Leute ist es viel zu teuer. Ja, das ist meine Meinung zum Level-Service. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.